Hallo zusammen, lasst uns in diesem Video zusammen eine Logarithmen-Gleichung lösen. Einmal hier die und auf der anderen Seite habe ich auch noch eine längere. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. So, wenn ihr verschiedene Logarithmen-Ausdrücke in eurer Gleichung habt, sorgt am besten dafür, dass ihr die irgendwie zusammenfassen könnt. Also entweder, wenn hier auf der Seite keine andere Zahl gestanden hätte, also wirklich eine 0, dann kann man auch einen Logarithmus auf eine Seite bringen und einen Logarithmus auf die andere Seite. Dann steht wirklich auf jeder Seite ein Logarithmen-Ausdruck und dann kann man auch das Ganze auflösen. Wenn da aber noch mehr drin steht, dann muss man dafür sorgen, dass man diese Logarithmen-Ausdrücke zusammenfasst. Aber dafür gibt es ja Regeln. Nämlich ist es so, wenn die mit einem Plus verbunden sind, dann kann man die einfach wieder zusammenpacken in eine Logarithmen-Gleichung. Allerdings sehen wir jetzt hier noch so eine 2 vor dem Logarithmus. Die würden wir als allererstes gern in den Logarithmus reinziehen, denn auch das ist möglich. Und da sagt das Logarithmen-Gesetz einfach, ihr könnt das reinziehen, aber dann passiert Folgendes, also nichts Schlimmes. Man muss es nur beachten. Vorne ändern wir gar nichts, aber hier die 2 wollen wir in den Logarithmus ziehen. Das können wir machen, wie gesagt. Dann haben wir dort x² sowieso ja drinstehen und diese 2, die sorgt dafür, wenn wir das reinziehen in den Logarithmus, dass das, was im Logarithmus schon stand, nämlich das x², dass das nochmal quadriert wird, also hoch 2 gerechnet wird, weil hier eine 2 stand. Wenn hier jetzt eine 4 gestanden hätte, dann macht man das halt hier hoch 4. Also man kann die Zahlen vor dem Logarithmus reinziehen, dann muss man das, was im Logarithmus steht, einfach nehmen und dann hoch diese Zahl machen, die vorher vorne dran stand. Also nichts Dramatisches, aber man muss es natürlich beachten. Jetzt lösen wir vielleicht erstmal das da drin dann auf. Also da vorne machen wir immer noch nichts, aber mit diesem x hoch 2 hoch 2, das kann man ja berechnen, indem man 2 mal 2 dann rechnet. Das ergibt dann also x hoch 4 und dann sieht die Welt schon mal ein bisschen besser aus. Also wir haben bisher nur die 2, die vor dem Logarithmus stand, in den Logarithmus reingezogen. Jetzt würden wir diese beiden Logarithmen-Ausdrücke zusammenfassen. Das kann man machen. Also wir haben da nur noch einen Logarithmus zur Basis 4 und innen die Teile, die im Logarithmus standen, die werden jetzt miteinander multipliziert. Also wir haben x hoch 3 mal x hoch 4. Die Teile, die also im Logarithmus standen, werden einfach miteinander multipliziert. Das ist halt ein Logarithmen-Gesetz. Wenn man zwei Logarithmen-Ausdrücke, die mit einem Plus verbunden sind, zusammenfassen will, darf man das zu einem und die Sachen innen drin werden dann multipliziert. Rechts passiert immer noch nichts. Jetzt würden wir das erstmal vereinfachen. Also x hoch 3 mal x hoch 4, das kann man ja zu einem x hoch 7 zusammenfassen. Also die Hochzahlen werden ja mit Plus zusammengerechnet, wenn die Basis gleich ist. So, und jetzt sieht es schon um einiges hübscher aus. Jetzt können wir, jetzt haben wir wirklich nur noch einen Logarithmus auf einer Seite stehen und auf der anderen Seite nur noch eine Zahl. Die hat sowieso keine Probleme für uns. Dann können wir diese Logarithmus zur Basis 4 jetzt so auflösen, indem wir beide Seiten, also wir rechnen jetzt 4 hoch die Seite. Also 4 hoch Logarithmus zur Basis 4 von x hoch 7. Also 4 hoch bla und 4 hoch 6. Ich schreibe das jetzt nicht so auf, weil das ziemlich viel Zeug ist. Dieses 4 hoch sorgt nämlich direkt dafür, dass dieses Logarithmus zur Basis 4 aufgelöst wird. Das ist dann nicht mehr da, deswegen machen wir das Ganze auch. Also 4 hoch sorgt dafür, dass da nur noch x hoch 7 steht, weil dieses Logarithmus zur Basis 4 damit genau wegfällt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir es auf der anderen Seite eben auch noch rechnen müssen. Also 4 hoch die komplette Seite, die dort stand, da steht aber nur die 6. also 4 hoch 6. Und jetzt können wir das einfach nur noch ausrechnen. x hoch 7 gleich, also 4 hoch 6 ergibt wohl 4096. Und jetzt müssen wir noch die siebte Wurzel ziehen, um das schön nach x aufzulösen. Und dann kommen wir auf 3,28. Tada! Gleichung gelöst. Mit euren Ergebnissen müsst ihr aber immer noch aufpassen, ob die tatsächlich gelten. Also das, was ihr rausbekommt, setzt es nochmal oben ein oder ihr könnt es auch nur mal gedanklich einsetzen, weil man darf ja beim Logarithmus, man darf keinen Logarithmus aus negativen Zahlen ziehen und man darf auch keinen Logarithmus von 0 ziehen. Das würde zu einem Fehler führen. Deswegen immer schön eure Lösungen schauen, ob die tatsächlich hier oben einsetzbar sind. Aber hier ist es das jetzt. Also wenn ihr 3,28 einsetzt, bekommt ihr ja keine negativen Zahlen raus, jeweils im Logarithmus. Und damit ist das eine Lösung. Schauen wir mal, ob das bei der zweiten Aufgabe auch so einfach geht. Die sieht jetzt etwas umfangreicher aus, aber wenn wir uns das mal anschauen, haben wir im Grunde hier einen Logarithmus minus einen anderen Logarithmus. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite besteht aus einem anderen Logarithmus. Aber jeweils zur Basis 2. Das ist auch gut. Wir können jetzt, eben hatten wir ein Plus zwischen zwei Logarithmen. Hier haben wir jetzt ein Minus. Auch das können wir mit einem Logarithmengesetz zu einem Logarithmus zusammenfassen. Diesmal werden die dann aber nicht multipliziert, die Teile, die da drin sind, sondern die werden geteilt. Also der erste Teil, der im Logarithmus stand, wird dann durch den zweiten Teil, der im Logarithmus stand, geteilt. Fertig. Das ist die Darstellung. Statt zwei Logarithmen mit einem Minus zwischendrin, kann man einen Logarithmus mit einem Bruch schreiben. Auf der anderen Seite würden wir gar nichts ändern. Da ist ja vor dem Logarithmus nichts. Also da kann man eigentlich so jetzt gar nichts machen erst mal. Und jetzt haben wir den Fall, auf der einen Seite steht ein Logarithmus, auf der anderen Seite steht ein Logarithmus. Dann machen wir doch beide einfach in einem Schritt weg, indem wir die Basis, zu dem hier der Logarithmus gewählt wurde, also zwei hoch die Seiten machen. Ich weiß nicht, wie ihr das aufschreibt, also ich schreibe das einfach immer so auf. Wichtig ist ja, dass ihr wisst, was ihr macht. Dieses zwei hoch, diese Seite sorgt dafür, dass der Logarithmus zur Basis zwei aufgelöst wird. Da steht jetzt wirklich nur noch das, was eben in der Klammer stand. Und auch auf der rechten Seite stand der Logarithmus zur Basis zwei. Wir rechnen zwei hoch, das löst sich auf und da steht nur noch das x minus 36. Und jetzt habt ihr eine ganz normale Formel, da ist kein Logarithmus mehr drin, nichts Abgefahrenes mehr. Das können wir jetzt einfach nach x auflösen. Also, einfach ist da auch vielleicht zu viel gesagt. Wir brauchen schon noch ein paar Schritte, aber der Logarithmus ist schon mal weg. Das x hier unten, das wollen wir raus haben, also wir müssen einmal komplett mit dem x minus 84 multiplizieren, damit das aus dem Nenner hier unten abhaut. Auf der linken Seite steht dann nur noch 10x plus 24 und auf der rechten Seite, die müssen wir jetzt mit dem x minus 84 multiplizieren, also da haben wir dann x minus 36 stehen mal x minus 84. So, das wird jetzt gleich eine quadratische Vergleichung werden, also links können wir nichts mehr machen, rechts können wir aber ausmultiplizieren, also x mal x sind x Quadrat, dann x mal minus 84 sind minus 84 x, dann minus 36 mal x sind minus 36 x und minus 36 mal minus 84 habe ich jetzt natürlich nicht ausgerechnet, aber machen wir gerade mal schnell, sind 3024. Und jetzt seht ihr schon, da ist ein x Quadrat drin, da sind xe drin und Zahlen drin, das wird auf die pq Formel hinauslaufen oder abc Formel, je nachdem, welche ihr eben benutzt. Also alles auf eine Seite, die 10x auf die andere Seite und die 24 auf die andere Seite, dass hier nur noch 0 steht, also wir wollen minus 10x und minus 24 rechnen. Dann haben wir hier x Quadrat, die minus 84 x rechne ich zusammen mit den minus 36 x und den minus 10 x, die wir auch schon von der anderen Seite rübergenommen haben, dann steht da minus 130 x. Und die 3024, die rechnen wir jetzt auch noch, minus die 24, das sind dann eben 3000. So, wir versprochen eine quadratische Funktion, wir wollen sie mit pq Formel lösen. Ich mache das jetzt einfach im Schnelldurchlauf, weil es in dem Video jetzt nicht um die pq Formel geht. Ihr bekommt zwei Lösungen raus, wenn ihr das jetzt ausrechnet. Einmal bekommt ihr 100 und einmal bekommt ihr als zweite Lösung 30. Und auch jetzt müsst ihr schauen, ob diese beiden Lösungen tatsächlich für eure Gleichung einsetzbar sind. Also das sind jetzt noch nicht die Lösungen, die ihr angeben werdet. Das sind jetzt nur Kandidaten, die ihr rausgefunden habt. Wir müssen jetzt noch die 100 hier oben jeweils einsetzen in unseren Logarithmus, also für das x und schauen, ob man das ausrechnen kann. Also wenn ihr die 100 dort einsetzt, dann steht ja 10 mal 100, das sind 1000 plus 24, das ist was Positives, das macht keine Probleme. Auch hier 100 minus 84 bleibt immer noch was Positives und auch da 100 minus 36 auch. Aber schauen wir uns das mal mit der 30 an. Bei plus macht es natürlich keine Probleme, aber 30 minus 84, da landen wir in einem negativen Bereich und davon dürfen wir den Logarithmus einfach nicht ziehen. Also können wir auch nicht, das ist einfach nicht definiert. Deswegen gilt diese Lösung hier, die wir gefunden haben, gar nicht. Also die Einklammern, die habt ihr nur auf dem Weg gefunden, aber die gilt nicht für eure Gleichung, sondern nur diese 100. Also nur das ist eure Lösung. Ja, so kann man Logarithmen-Gleichungen lösen. Manche sehen vielleicht noch komplizierter aus. Falls ihr irgendwie Probleme mit euren Aufgaben habt, könnt ihr natürlich gerne einfach in den Kommentaren schreiben und dann schauen wir, dass wir das gemeinsam gelöst bekommen. das gleiche. das gleiche. Dann tun wir Aber wir